Servus malo bei NOT ANOTHER DOPE SHOW Als ich neun Jahre alt war, sind meine Eltern von Hohenbrunn nach Neuperlach gezogen, im Zudermannzentrum. Ich hatte neun Jahre lang eine total unbeschwerte Kindheit, ohne großartiger Gewalt, ja ein bisschen so, mit Nachbarnjungen und so ein bisschen, Rangeleien, wie man sich halt so als Kind haut, Pille, Palle, Kack halt, nicht wirklich ernsthaften Scheiß. Als ich dann in Neuperlach ankam, musste ich mich ja erst einmal orientieren, das waren die Sommerferien, ich hatte also Zeit, ich bin auch noch sitzen geblieben in der vierten Klasse, ich hatte ja also Zeit, mich da ein bisschen umzuschauen, Da gab's noch nicht so viel, das war halt das Sudermannzentrum, dann gab's dahinterhalb in der Kafka-Straße gab's ein Wohnhaus, großes, schon mit acht Stockwerken, dann gab's das Krankenhaus, eine Schule, zwei Einkaufszentren, in die andere Richtung gab's einen großen Busbahnhof, wo man umsteigen hat können, und eine Baustelle, ein LVA war da schon, und die Post, auf der anderen Seite, es war so ein kleines flaches Gebäude, da ist jetzt alles, alles anders, das Pep gab's noch gar nicht, die Pärlach-Einkaufspassagen, und bei der LVA ist so ein Brunnen, und das war halt auch schon ein Abenteuer für mich. Ich hab halt angefangen, Spider-Man zu lesen, das Comic, und das war halt meine Fantasie als Kind, in Neuperlach, die Hochhäuser, das war halt optimal, Spider-Man, weißt du, und auch die anderen Kinder, die ich später kennengelernt hab, und ich hab auch gelesen, und dann war das halt, haben wir halt das gespielt, aber als ich da angekommen bin, war das erste Erlebnis auf dem Spielplatz, dass man so einen Arschloch ins Gesicht gespuckt hat, und da watschen gegeben hat, einfach nur so, weil ich halt da stand, fand er lustig, Erich hieß der, und ich bin nicht später, sondern auch noch groß geworden, hab mein erstes SD-Tript genommen, und hab halt vieles erlebt später noch, aber das war mein allererstes Erlebnis, und das ist halt etwas, da musste ich mich sofort wehren, und hab halt mit dem dann auch, ja, ich hab mich gleich auch ins Gesicht gespuckt, und dann bin ich halt flink, wie ich immer war, und ich war dünn und klein und schnell, bin ich immer nicht mehr abgehauen, und sowas, und, ja, dann gab's so eine Clique, dann im Sudermann-Zentrum, da hat einer bei mir im Haus drin gewohnt, war da dabei, der hat bei mir im Haus gewohnt, im 4. Stockholm, dann ist das ja so ein Rundell gewesen, und da gab's in der einen Ecke, so einen Durchgang zum Müll, und in dem einen Haus ganger der Schläger gewohnt, in meinem Alter, an dem anderen auch, das war der Mario und der Helmut, und dann eben dieser Typ da, bei mir im Haus gegangen, also es waren drei, die da gewohnt haben, und die haben sich da halt auch immer getroffen, in dem Sudermann-Zentrum, und ich hab mich aber für die nicht wirklich interessiert, weil die halt so grob und brutal waren, und ich bin halt eher so piece, ne? Ja, ja, Elis, Crash, Crash, ne? Komm! Ich hab dich auch lieb, hm? Sudermann-Zentrum, und es war dauernd irgendwie so seltsam, weißt du, die haben sich da getroffen, und die waren auch ziemlich gewalttätig, und haben halt andere Jugendliche grundlos verdroschen, zum Beispiel in der Schule, fanden die da halt, das ist witzig, grundlos jemanden zu schubsen, und zu sagen, hey, was sagst du, und einfach an ihn reinhauen, mit der Faust auf die Nase, Blutspritz, Batsch, und das in der 5. Klasse, weißt du, was ich meine, und das in der 4. Klasse schon. Ich hab ja nicht verstanden, ey, warum verdreschen die grundlos andere Kinder, weißt du? Und deswegen hab ich mit den Leuten versucht, mich fernzuhalten am Anfangs. Später ging's halt auch nicht mehr. Und weil ich halt immer so für mich alleine war, bin ich halt auch alleine so rumgelaufen, mein Perlauch offen, hab halt da, weiß ich nicht, Spiderman gespielt oder sowas, und da gab's halt die Tiefgarage, die unterhalb von dem, wo mein Zentrum ist, und da hab ich die gesehen, dass ich da halt rumspiel, und dann kommen die auf mich zugerannt, und zufällig fährt gerade ein Auto raus, und ich bin schnell da unten reingerannt, und da gab's halt eine Tür zu unserer, ja, zu unserem Hausflur, und da bin ich halt da rein, hab das zu kauen und alles, und ganz schnell mit Wohnung und zu. Dann war ich halt da drin, und die sind da zu fünft hinter mir hergerannt, also die drei, der eine aus meinem Haus, die anderen beiden, die da wohnen, und dann halt noch zwei andere. Die wollten mich natürlich verdreschen. Und, ja, so eine Ereignisse gab's da so zwei, drei, und dann auch Beschimpfungen von meiner Seite aus, ich hab's halt dann beschimpft mit Wichser und Arschloch und Spastis und so Zeug, und dann ist halt passiert, dass der eine, der oben drüber gerund hat, der war auch schon älter, als ich mich halt dann erwischt hab, auf irgendeinem Spielplatz. Die Ohrfeige vergesse ich halt nicht, gell? Alter, hat das geschebert. Aber danach hat er mich in Ruhe gelassen. Und er hat auch dafür gesorgt, dass die anderen mich in Ruhe lassen. Und er hat gesagt, er hat's gekriegt und Ruhe ist. Und dann, ja. Später kam dann noch raus, dass ein Mariuser Vater mit meinem Vater zusammen bei der Zündab arbeitet, und ab dem Zeitpunkt hat auch der mich in Frieden gelassen. Und der Helmut war ein Mitläufer einfach nur. Der ist da auch bloß nicht mehr dabei gewesen, damit er keinen aufs Maul kriegt. Und der hat dann auch noch einen großen Bruder gehabt, der mit den Älteren da zusammen war. Und die haben halt da schon Scheiße im Kopf gehabt, und haben halt Einbrüche gemacht und weiß ich nicht, was alles. Und da gab's so einen kleinen Jungen, der war vielleicht vier, fünf Jahre alt, der, dem Vater war im Knast, und die Mutter konnte nicht her werden, und der hing halt da auch mit denen immer rum im Sudermann-Zentrum. Also mit der Generation über mir. Da war vier, da haben sie nicht mehr Striezel genannt. Hey, der Striezel. Hey, Striezel. Striezel machen wir diese, Striezel machen wir das. Den hab ich dann auch später kennengelernt, und dann haben wir auch selber zusammen viel Scheiße gebaut, da war ich ja selber nur ein Kind, gell. Und da hab ich dann, ich weiß ja nicht, da hab ich ihn aus den Augen verloren, weil er halt schon richtig kranker war, richtig krasse Sachen gemacht, und da hab ich keinen Bock drauf gehabt. Dauernd klauen, aber nicht so, komm ich mal hier, oder da hab ich eine Nutella, also Schokolade oder sowas. Nee, da ging's immer um Kohle und Zigaretten und Schnaps, Sachen, wo man halt zu Geld machen kann. Da war halt schon anders drauf. Ja, dann haben wir uns halt immer aus den Augen verloren, und dann treff ich den voll später wieder in Stadlheim. Da hat er mich nicht wiedererkannt. Logisch, ich weiß ja, ja, das ist sehr lange her, und dann sag ich, hey, du machst denselben Geschmarrn wie dein Vater. Dann sag ich, ja, wieso, was soll denn das? Ja, warum ich das sag, weil ich dich kenn als Kind noch, du bist ein Stritzi. Und ab da war ich halt auch so ein Späsel, in den Knast, der mich halt auch ein bisschen unterstützt, der kann sich da besser aus. Aber der hat auch da noch einen Blödsinn im Kopf gehabt. Dann hat er seinen Teller genommen zum Kochen, und dann Stuhl verkehrt rum drauf, auf dem Tisch, diesen Stahlteller, oder Metallteller, unten mit Zahnpasta eingeschmiert, zack, 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 und dann auf dem Stuhl drauf, und so eine Rama oder Butter in der Schale drin, mit einem Dochtensatz gebaut, und das Rust halt. Aber du kannst kochen, kannst ein Rührei machen, oder ein Spiegelei. Und was macht er? Danach ein Essen, packt den verrusteten Teller und schmeißt ihn aus dem Fenster, und klaut den nächsten Tag in der Früh beim Nachbarn einen Teller. Weißt du, wir haben das immer gemacht, mit dem Zahnpasta, und dann kannst du das einfach abwaschen, der Zahnpasta wird nass, dann kannst du das einfach so mit dem Klopapier brechen. Aber er schmeißt es aus dem Fenster. Nur so ein Scheiß, weißt du, der war ja schon älter, da war er ja, weiß ich nicht, die Welt werden da ja gewesen sein, 22, 23, na nie, 18, 19, 20 höchstens, ja, der ist auch mal, ist er zum Anwalt gegangen, und weil er gewusst hat, sein Bruder ist auch da, sein Kleiner, also er hat noch einen jüngeren Bruder gehabt, der ist auch da, aber in der Jugendhaus, war er beim Anwalt, und er hat halt, weil du wirst gefragt, wo du hin musst, hat er einfach gesagt, zu der Jugend. Dann kam es dann halt in eine andere Wartezelle rein, und er ist halt zurückmarschiert in die Jugendabteilung zu seinem Bruder, und hat dann mit dem gequatscht, erst einmal. Weil, ja, der hat da wohl Stress gehabt mit einem, und da hat er halt immer mal Bescheid gesagt. Bei den Jugendlichen geht es halt anders ab, weißt du, da geht es doch so, wer ist der Stärkste, da wird auch immer noch Leute gärgert, und drangsaliert, und, ja, weil die halt noch anders ticken, Jugendliche, Erwachsene, da hast du Ruhe, die sind meistens noch easy, easy, aber Jugendliche drehen meistens am Rad. Also ist er rüber, dann hat er klar Schiff gemacht, und dann kam er halt zurück, und sagt, ich muss jetzt erst beim Bunker, blablabla, aber ich habe meinem Bruder geholfen. Weißt du, da ist es riesig. Und in der Perlach war halt sehr hart, da aufzuwachsen in den ersten Jahren. Da gab es nicht viele Angebote, an Jugendeinrichtungen, die kamen erst später. Heute gibt es da zum Glück einiges, aber ich weiß auch gar nicht, bis heute in der Perlach ist da zu leben, also mit Jugendlichen da jetzt leben. Bei uns war es halt schon eine ziemlich harte Sache am Anfang. Und wenn du nichts zu tun hast, der ist halt langweilig, ich weiß schon, und du triffst dich draußen, und das sind alles Gleichgesinnte, und alle ist es langweilig, dann fangst du an Blödsinn zu machen. Da gab es einen Hausmeister, der hat unten im Keller ein Loch bauen sollen. Sein Stecker ging raus, oben, außerhalb, in die Steckdose. Das war halt für unser gefundenes Fressen, weil immer wieder runter ist, haben wir ausgesteckt und sind weggelaufen. Der war vorksteufelswild am Ende, und so eine Scheißsachen haben wir gemacht. Eigentlich ist es ein netter Mann gewesen. Aber wir haben den halt geärgert, weil es uns langweilig war. Und wir haben auch geklaut, wie die Raben. Da gab es einen Tengelmann an dem Koop, ein Schreibwarengeschäft mit Spielwaren und sowas, und natürlich haben wir da geklaut, wie die Blöden. Später, als das Pepp gekommen ist, war es noch krasser, da waren wir eine ganze Gruppe, und da sind wir halt tatsächlich da, jeden Tag hin, und haben uns halt da bedient. Bis die angefangen haben, natürlich die ganzen Liebstahlsicherungen zu machen, und alles. Aber am Anfang war das schon richtig krass. Also wenn du so aufwächst, unser Metier, und dann halt immer die Großen als Vorbild gehabt hast, die halt nur Schlägereien und auch nur Scheiße im Kopf gehabt haben. Als die dann weg waren, waren ja wir diejenigen, die uns da getroffen haben, also meine Generation und die Jüngeren. Wir waren ja fast 100 Leute, die sich im Sudermann-Zentrum getroffen haben, zwischen Zentrum und dem nächsten Wohnhaus, so mehr am Parkplatz. Also da ist so eine kleine Ecke. Da haben wir uns immer getroffen. Leider haben sich viele Leute darüber beschwert, aber wir sind extra dahin, weil das so Gehalt hat, wenn man in dem Zentrum drin war. Und wir wollten den Leuten das nicht antun. Also haben wir uns da hingeguckt, in der Hoffnung, dass es da nicht ganz so laut ist und nicht ganz so halt. Aber hey, es hat nicht lange gedauert. Dann kam die Polizei und wir mussten da weg. Dann sind wir von einem Wohntreffpunkt, wo es Jugendliche treffen, von einem Wohnhaus zum anderen und überall. Wir wurden immer mehr dadurch. Und das wurde immer lauter. Und zum Schluss sind wir schon zum Waldrand ausgewichen. Da gab es so einen Weg mit ein paar Bänke. Da haben wir uns da getroffen. Er war nicht mehr da. Er hat uns die Polizei in Ruhe gelassen. Selbst da sind sie hingefahren und haben Ausweiskontrolle gemacht und geschaut, wer wir sind und was wir machen und Taschenkontrolle und das ganze Gedenz. Da hat das angefangen, dass die Leute gesagt haben, hey, die nerven. Und plötzlich war das nicht mehr dein Freund und Helfer, sondern dein Gegner. Weißt du, unnötigerweise haben die angefangen, uns zu drangsalieren. Nicht wir, die. Da waren wir so an Erlebnisse. Das war ein Sommerfest neben der Stendlerstraße und es ist eine Mulde. Da kann man laut sein. Da ist man ein bisschen weg von den Erwachsenen, aber trotzdem nah dran, wenn irgendwas ist. Es ist einfach nur über einen Hügel drüber. Und da haben wir gezeltet. Wir waren laut. Es war ein Sommerfest. Da gab es ein Feuerwerk. Und bei uns hat es auch einmal laut geknallt. Weil halt der Mick und der Jan sich so einen Stunt überlegt haben, da hat er sich da vorne so Bretzlei herangemacht, einen Blutbeutel und einen Böller. Und dann wollten wir die anderen erschrecken. Also die wollten die anderen halt erschrecken. Der Böller ging ein bisschen zu früh los, alle sind zu erschrocken und alles hat gelacht und la 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 la. Plötzlich war man umringt vom Polizisten. Wir konnten nicht weg. Weißt du, was ich meine? Und dann haben die halt einfach mal unsere Bürgerrechte gebrochen, indem sie unsere Zelte durchsucht haben, unseren ganzen Kram durchsucht haben. Ich hatte einen Chakus dabei, die haben sie mir weggenommen, einen riesen Heiermann gemacht. Ich sage, ihr dürft doch gar nicht in die Zelte bar. Das hat die nicht interessiert, weil wir Kinder waren und Jugendliche. Was ist das? Und diese Respektlosigkeit von damals, die hat sich halt dann auch niedergeschlagen, indem der Jan und ich zum Beispiel, wir sind dann in der Hip-Hop-Szene so aufgewachsen. Das hat gerade angefangen in Hip-Hop in Deutschland. Dann lief im Fernsehen Wildstyle und dann sind wir durchgeknallt. Wir haben es halt gemerkt, das war nach der Schule. Die Schule war schon zu Ende. Gerade die Sommerferien. Neunte Klasse war zu Ende. Dann war die Sommerferien, dann hätte die Ausbildung anfangen sollen. und kurz vor Ende von der Schule waren halt plötzlich Graffitis überall in der Perlach und das war der Jan, der Mick und ich, aber unabhängig ich zu den anderen beiden. Und dann sind wir auf blöd irgendwie dazu drauf gekommen, dass wir halt da dasselben Scheiß machen. Und da hat mich das tatsächlich eigentlich aus einer echten kriminellen Laufbahn rausgezogen, weil ich war gerade so dabei mit ein paar Sintis in die Familie da so mit rein zu wachsen und ja in der Jan kam halt da diesen Silvester mit seiner Pistole und schießt herum und ich mit meiner und dann bin ich halt nochmal runter zu ihm und dann sind wir zusammen losgezogen und dann sind wir halt drauf gekommen, dass wir beide Hip-Hop geil finden und dass wir Breakdance machen und so und dann haben wir halt der Crew gegründet und dann war nur noch das für mich wichtig Breakdance und Breakdance und Breakdance dann habe ich diese Ausbildung anfangen müssen weil meine Eltern natürlich und meine Schwester und alle haben den Druck auf mich ausgeübt und es gab kaum Ausbildungsplätze und ich war schlechter Schüler und da habe halt diese Maurerlehre dann angefangen und da haben sie alle gesoffen wie die Blöden auf dem Bau zu der Zeit früher war das so ganz normal und wenn man dann so aufwächst wenn man erwachsen ist ist es normal dass man sich berauscht und dann kommst du aber als 18-Jähriger das erste Mal mit dem oder von mir auch mit 16, 17 mit Cannabis in Berührung und merkst das ist auch ähnlich der Rausch aber du hast nicht so ein Abtür und du musst nicht kotzen und du bist am nächsten Tag nicht verkatert selbstverständlich hinterfragst du plötzlich mehr bloß zu meiner Zeit gab es halt kein Internet und da gab es keine Smartphones da gab es keine Handys da gab es bloß was die anderen wissen und die anderen wussten nichts außer ein bisschen ein älterer der hat uns ein bisschen was erklärt erst mal weniger rein in den Joint nicht so viel jetzt halt so irre wir haben halt gleich ein halbes Gramm reingemacht in einen Joint für einen weil wir halt null Ahnung hatten später haben wir halt dann weniger reingemacht aber wir hatten sehr viel Spaß wir haben gelacht ohne Ende wir waren sowas von beömmelt und als wir dann wieder die anderen getroffen haben von denen ich vorher erzählt habe das war halt dann später also Clique dann waren wir halt noch so am Lachen und lustig und beömmelt und die waren halt schon so wie ich jetzt bin das ist ja ganz normal dann sagt die Sabine ja guck an der Ernst der geht noch voll ab und dann konnten die auch wieder mitlachen aber das ist halt nur wenn sie über jemanden anders lachen können einfach so lachen wie man es beim Anfang beim Cannabis halt hatten die nicht mehr und wir später dann auch nicht mehr ab da ab dieser einen Autofahrt wo Sabine das zu mir gesagt hat habe ich da mich zurückgerissen zusammengerissen und zurückgehalten und das geht auch du kannst dich jetzt anreißen und ab dem Zeitpunkt war es mit dem Lachen zumindest nur noch wenn man rumgealbert haben kein grundloses Lachen mehr wenn wir in der Gruppe gesessen sind das war ja früher nur geselliges konsumieren und da ist es halt auch passiert einmal war einer dabei der hat halt dann Lines gehabt und hat halt gesagt wolltest du das mal probieren ich habe da am Anfang immer Nein gesagt ich wollte es halt erst nicht aber als dasselbe Typ haben wir gesagt seit später ein paar Jahre später magst du eh teil habe ich es genommen nach dem Koks das war dann der Tom der war so derjenige welche und später hatte ich dann jemanden kennen gelernt auch noch außerhalb von München ähm und da habe ich es dann hergekriegt die Extrasie von Immhausen Chemie Okay Leute das war's für heute Peace out